Hi, ihr seid bei Kaos Kanz, ihr seid bei Angie. Angie ist im Berggarten. Wir haben April, Ende April, und jetzt sehe ich hier, seht ihr mit mir, Rhabarber. Das nennt sich Krausen-Rhabarber. Ich gehe mal weiter. Dieses ganze Tertorium hier heißt Staudengrund. Und was ich euch jetzt zeige, das sind keine Aliens. Moment, ich muss die mal ranholen. Das sind keine Aliens, sondern das ist Riesen-Rhabarber, der sozusagen wartet auf die Sonne. Aber es sieht so gigantisch aus. Ich sag mal, hier hätte Herr Spielberg tolle Vorlagen für seinen nächsten Film. Also, ich gehe mal hoch, Moment. Moment, ich musste das jetzt filmen, weil es sieht so abgefahren aus. Und jetzt mal so das ganze Feld, so sieht das ganze Feld aus. Es ist unglaublich. Unglaublich, sag ich mal. Moment, hier steht auch noch was. Aha, also der Riesen-Rhabarber ist auch das Mammutblatt. Yes. Unglaublich. Guckt euch das an. Das ist, ich habe das gesehen, habe gedacht, das gibt es doch nicht. Das sind Rhabarberpflanzen. Es könnte auch eine Alien-Kolonie sein. Unglaublich. Also ich bin total begeistert hier von diesem Alien-Feld. Und jetzt gehe ich mal ein Stück zurück. Moment. Und jetzt kriegt ihr mal so einen Blick, wo ich gerade so bin. Es ist traumhaft schön hier. Ja. Ah, Sonne kommt und geht. Es ist einfach traumhaft schön. Es ist Wetter. Ich glaube 17 Grad oder so. Ja, die Kopfweiden sind natürlich noch nicht, haben noch keine Blüten. Aber das ändert sich ja bald. Und hier sind noch ganz viele, ja, Osterglocken, würden wir sagen. Und die sind nicht traurig. Die lassen einfach so wirklich die Köpfe hängen, weil die so gemacht sind. Und das ist so eine, ja, ist gar keine Osterglocke, sehe ich gerade. Das ist eine Magnolienart. Okay. Nehmen wir auch. So, und jetzt gehe ich mal kurz zu mir rum. Wackel, 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 wackel. Hier ist Kaus Kanz, hier ist Angie. Und ja, ich bin in diesem herrlichen Berggarten. Und ich kann gar nicht genug kriegen. Also, solange die Sonne scheint, bin ich wahrscheinlich hier. Okay. Wir warten auf den nächsten Teil, oder? Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020